Wer über Georg Langehans berichtet oder wer über ihn was erfährt, der wird etwas über Georg Langehans erfahren, aber komischerweise immer im Zusammenhang mit einem Wilhelm Vogt. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch immer Wilhelm Vogt so in den Vordergrund gedrängt, wie es nicht richtig ist, weil Dr. Georg Langehans hat Verdienste um die Stadt Köpenick und zwar ganz erhebliche Verdienste. Und dass er eine so großartige Rolle für die Stadt Köpenick gespielt hat, das lässt sich an einem weiteren schönen Kapitel aus seinem Leben auch darstellen, denn es war 1915, als es um seine Wiederwahl ging und er wurde mit 100 Prozent der Stimmen erneut für zwölf Jahre zum ersten Bürgermeister Köpenicks. Das ist eben einmal tatsächlich dieses Missgeschick und dann ist es eben diese hervorragende doch Persönlichkeit des Georg Langehans, der sozusagen als elftes Kind des Reichsgerichtsrates Wilhelm Langehans in Leipzig geboren wurde und sozusagen mit besten Gaben ausgestattet war. Und das haben Sie, Herr Bürgermeister, ja eben auch nochmal deutlich gemacht. Das Dampfboot, Köpenicker Dampfboot, berichtet ja immer wieder aus dieser Zeit. Ich wollte nur sagen, das ist die eine Seite, die andere Seite ist vielleicht doch auch angebracht an diesem Tag, an seinem 100. Todestag. Einfach mal ganz mit wenigen Worten zu beschreiben, was hier geschehen ist vor 100 Jahren, bei seiner Beerdigung. Da schreibt das Köpenicker Dampfboot, ich darf das mal zitieren, einige Zeilen, auf dem Friedhof bis zum Grabe spielte die Musik den Chopinschen Trauermarsch. Heer und getragen halte die gedämpfte Melodie dahin. Am Grabe sang zuerst die Köpenicker Liedertafel unter Leitung des Rektors Runge, Harre meine Seele, Schriftverlesung, Gebet und Segen durch Oberpfarrer Dransfeld sowie Worte der Pastoren Krause und Finke folgten. Indessen setzte die Liedertafel mit dem ergreifend vorgetragenen, wie sie so sanft ruhen ein. Und während noch die letzten Töne im Winde verhalten, donnerten drei von der Ehrenkompanie abgegebene Salven über das Grab. Feierlich ernst brachte so dann noch die Kapelle des Ersatzbataillons, eine Weise zu Gehör, in der Hörner und Trompeten die Führung übernommen hatten und die schließlich in das ewig schöne Gebet, ich bete an die Macht der Liebe ausklang. Noch ein stilles Gebet, das sei damit vielleicht zitiert.